Ein Unternehmen im Ausland aufzubauen ist aufregend, aber immer auch riskant. Ich bin nach Arcanes gefahren, in der Nähe von Athen, um Alike Goritsa und Spyros Fragos zu treffen. Die beiden Textilingenieure haben eine Leidenschaft für Stoffe und Kleidung und gründeten 2011 Pepper Valley. Alike und Spyros haben die Vision, hochwertige, nachhaltige Kleidung zu entwerfen und herzustellen. Sie arbeiten ständig an neuen Ideen, wie etwa Bademode, bei der Baumwolle statt Lycra oder Nylon verwendet wird. Wir versuchen, eine Innovation zu machen, die wichtigste für den Kleidung, in der Öffentlichkeit, für den Klimawandel zu machen. Denn jederzeit, wenn man in den Meer geht, oder man manche die Kleidung, hat man microplastik. Und die Innovation hier ist, dass wir ein knick-pattern haben, mit einem 3-D-Strukturen, wo der Luft kann circulieren. Und das macht die Kleidung leichter. Alike und Spyros sind ehrgeizig und haben sich mit dem von der EU finanzierten Enterprise Europe Network zusammengetan, das kleinen und mittleren Unternehmen Unterstützung leistet. Ziel ist es, Prototypen für intelligente Kleidung herzustellen, die biometrische Messungen überwachen. Spyros erklärt mir, wie das funktioniert. Sie haben mit dem Enterprise Europe Network zusammengearbeitet, um die Feelmore-Nitware-Kollektion zu entwickeln und die richtigen internationalen Partner zu finden. Das Enterprise Europe Network wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Bislang hat das Netzwerk rund 4,2 Millionen Kleinunternehmen in ganz Europa unterstützt. Von einer süßen Firma in Lettland bis hin zu diesem tschechischen Unternehmen, das einen Bienenstock entwickelt hat, der die Sonnenwärme nutzt, um schädliche Milben abzutöten. In Griechenland hat das Netzwerk zwischen 2022 und 2023 mehr als 3.000 KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, unterstützt. Um mehr über die Funktionsweise zu erfahren, traf ich mich mit Mina Peleki von der Athena-Kammer für KMUs, die seit 2008 Mitglied des Enterprise Europe Network ist. We support thousands of companies from the textiles and fashion industry. What we're looking for is to find companies that produce something special, innovative, something that can't stand out internationally, because the competition is fierce. Pepper Valley is a company that combines all those traits that make her stand out. Mina und ihre Kollegen treffen sich mit einem potenziellen neuen Mitgliedsunternehmen, um über all die nächsten Schritte zu entscheiden und einen Aktionsplan zu erstellen. Das Netzwerk bietet dann Unterstützung bei der Suche nach Finanzmitteln und sorgt für Transparenz beim Blick auf den Binnenmarkt. Zudem hilft es den Unternehmen, die Gesetze und Vorschriften in anderen Ländern zu verstehen und den richtigen internationalen Partner zu finden. Once a company comes to us and says, I have found a partner, but I'm not sure whether it's the correct partner or not. The network has been very helpful in that, because we do have a reliable contact somewhere else where we can ask. The network brings together international expertise and local contacts so businesses can get the big picture and step up another level. See you next time on Business Planet. We'll see you next time on Business Planet.